Als Infanterie bezeichnet man sich zu Fuß bewegende und kämpfende, mit Handwaffen ausgerüstete Soldaten der Kampftruppe der Landstreitkräfte. Obwohl der Begriff Infanterie sich erst in der frühen Neuzeit einbürgerte, wird er auch für entsprechende Soldaten früher Epochen verwendet. Infanterie ist einerseits abzugrenzen von unorganisierten Kämpfern zu Fuß wie Stammeskriegern, andererseits gegen Soldaten, die nicht zu Fuß kämpfen oder mit anderen Waffen ausgerüstet sind wie die Kavallerie oder in der Neuzeit die Panzertruppe. Die Bedeutung und das Ansehen der Infanterie wechselten stark im Lauf der Geschichte, sie bildete aber meist die Basis der Landstreitkräfte. Ab der Zeit der stehenden Heere wurde in der Masse Linieninfanterie aufgestellt, von dieser ist die leichte Infanterie abzugrenzen. Dragona sind mit Pferden als Transportmittel beweglich gemachte Infanterie, die zum Kampf absaß. Für mit Kraftfahrzeugen organisatorisch beweglich gemachte Infanterie wird wie in der Wehrmacht nachfolgend auch in der Bundeswehr. Der Begriff Infanterie benutzt, diesen sind die Bezeichnungen Grenadiere in der Neuzeit heute auch Jäger oder Physiliere gleichzusetzen. Mechanisierte Infanterie also mit Schützenpanzern ausgerüstet Verbände sind begrifflich Panzergrenadiere. Die NVA und die sowjetische Armee kannte hierfür den Begriff Motschützen, die in Regimentern zusammengefasst waren. Eine enge Verzahnung durch gegenseitige Unterstellung wie zum Gefecht der verbundenen Waffen fand jedoch nicht statt. Eine Unterstützung der Motschützen durch Kampfpanzer erfolgte nur durch ein selbstständiges Panzerbataillon, das kompanieweise auf die Regimente aufgeteilt wurde. Begriffsentstehung Der Begriff Infanterie stammt aus dem romanischen Sprachraum und bezieht sich möglicherweise auf den Knappen eines Ritters, welcher im Italienischen als Infante bezeichnet wurde. Dieser Begriff entstammt wiederum dem lateinischen Infants. Als weitere Erklärung geht die Bezeichnung Infanterie auch auf die Infantin Isabella Clara Eugenie, Tochter des Königs Philipp II, von Spanien zu Beginn des 17. Jahrhunderts zurück. Das auf ihren Befehl geworbene Fußvolk wurde auf eine neue Art bewaffnet geübt und der Infantin zu Ehreninfanteria genannt. Im deutschsprachigen Raum taucht der Begriff Infanterie erstmals im Jahre 1616 als allgemeine Bezeichnung von Fußgruppen auf. Bis dahin waren für diese die Bezeichnungen Fußvolk, Kriegsvolk zu Fuß, Fußknecht, Haufen zu Fuß und Landsknecht üblich. Die Infanterie wird je nach Bewaffnung und Auftrag unterschieden in schwere, heute auch mechanisierte und leichte Infanterie, die heute meist auch mit geschützten Fahrzeugen motorisiert ist. Gerion von Köln und der heilige Mauritius gelten im christlichen Volksglauben als die Schutzpatrone der Infanterie-Soldaten.